Yo! Wir sind wieder back! Willkommen zu einer neuen Folge von Faxperiment und zur zweiten Folge jede Folge kommt so, ich denke mal jedes halbe Jahr Für alle, die neu auf dem Kanal sind Hallo, ich bin Gilbert von Faxnippa und ich bin heute Arzt Aber mit Oversize Ja, wie nennt man das? Oversize Size Yo Leute, ich bin's Burra und ich hatte gerade noch eben so eine kurze Stadt einen Kittel, die so wie über Erbel lust Bitte bitte! Aber danke nochmal an dieser Stelle für die Person, die uns diese Kittel besorgt hat Was ist das? Hier haben wir Edgar Davids Haben alle, die Edgar Davids nicht kennen? Hier ist Edgar Davids Oh David, we're happy to see you Hallo, ich bin's Musa von FaxTV, heute bin ich als Edgar Davids und als Thorch unterwegs 2 in 1 Okay, wir fangen an Ich denke viele von euch haben schon ein Video gesehen, wo ein Flex genommen wurde und statt so einem Aufsatz Blatt Papier benutzt wurde und mit Blatt Papier quasi Sachen durchschnitten wurden Das werden wir jetzt auch hier probieren, bevor die Sonne untergeht So, wir haben jetzt so ein Dekostück noch auf dem Lager gehabt, die haben wir den Kauf von Ikea Von daher werden wir jetzt erstmal versuchen das hier zu schneiden Ganz nebenbei Leute, auch nicht mit Papier nachmachen, auf gar keinen Fall nachmachen Nein, hör auf unsere Videos schon nicht zu spät Sonst Aber, aber So, der erste schnitt ist nochmal drin Oh mein Gott Oh mein Gott Wir haben eine fucking Cola-Fasche aufgesehen. Boah, wie krass ist das denn, Alter? Schaut euch das hier an. Wir müssen noch was machen dazu. Ey, weißt du, was mich gerade richtig abfuckt? Wisst ihr was? Wie weißt du was? Was denn? Dass die Leute bis jetzt immer noch keinen Daumen nach oben gegeben haben. Leute, einen Daumen nach oben. Daumen nach oben. Der Bruder ist drin. Tun so, als würden wir jetzt mit seinem Handy. Sein Handy liegt hier. So, Versuch, Objekt Nummer 3, Leute. Boah, ich halt das so fest. Komm, wir haben was. Ja, okay. Komm, wir haben was. Mach, starte. Ist das doof? Wollt ihr das machen? Halt alles in die Wissenschaft. Ich hab die Yeezys. Das ist doch original. Die Socke von Given. Wer den Prank noch nicht abgecheckt hat, erster Link in der Bio. Ja, die Yeezys würde ich sagen. Ja. Oh mein Gott. Was war das? Wir müssen das fixieren. Ey, ich hab ne Idee. So. Wie sieht's? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich bin mal. So. Wie sieht's? Sieht man das? Sieht man das? So. Ja. Hier. Hier hat der natürlich auch geschnitten. Hier auch. Was? Wir bekommen immer her. Schau ihr. Was übrig geblieben ist, ist leider nur noch so ein kleines Stückchen. Ich habe gar nicht aufgenommen. So, wir haben gerade ein stabiles Stück geschafft, ich schau mal hier, aber leider... Auf der Kameramann verkackt. Wir sind drin, wir sind drin, wir sind drin. Beiß ab, beiß ab. Kommt da was raus? Ja, da kommt... So, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, hier sieht man das. Das Ziel ist erreicht. Das Fazit ist, Experiment erfolgreich. Und bei 30.000 LIFE, werden wir als nächstes versuchen mit Papier unser 100.000 Playbuffet zu schneiden. Was? Was? Hä? Really? Oh mein... Are you serious? Oh mein Gott, I don't know if you would just say what... I don't know what you guys think, but... This is way, way, way too far, okay? Und kommen wir jetzt zum Top Comment vom letzten Video. Der Top Comment könnt ihr jetzt in 3, 2, 1... Boom! Wie ihr seht, du hast es geschafft. Du warst der Kreativste letztes Mal beim letzten Video. So, der heutige Satz lautet, mit Papier kann ich sogar ... schneiden. Also, seid kreativ wie immer. Ich würde sagen, Daumen nach oben, ihr wisst Bescheid. Bei 30.000 Likes werden wir unser Playbutton aufschneiden, mit Papier sogar. Und das vor der Kamera. Und ich rappe Freestyle hammerhart. Du weißt ganz genau, gib einen Daumen nach oben. Dann werden die Leute dich loben. Und ich würde sagen, hinterlass ein Abo. Denn sonst rufe ich mein Babo. Und das war's vom Video. Ich weiß, es hat euch gefallen. Wow, wow. Ich sage jetzt einfach ganz easy locker. Ciao Kakao. Ciao Kakao. Achja, und folgt uns auf Instagram.